Jetzt sind's rauf, 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 rauf. Oh, diese blöden Boxen, ey. Wenn der jetzt noch da ist, ist er tot. Tja, ich den Kill nicht bekomme, aber Kill ist auf jeden Fall. Kill ist Kill. Toll, ich hab jetzt mal zwei Skills verballert. Das ist sinnlos verballert. Sorry, Jungs, die Flammen sind voll. Wir sollten weggehen, weil jetzt sie sagen, guck mal, in den Fluss rein, in den Fluss, in den Fluss. Ich habe das Werkzeug für den Job. So, go, go, go. Hat, hat mir Katharina aber schön den Kill gesteilt, ne? Ja, lass Katharina mal lieber den Kill, du weißt ja, du hast Support und so, ne? Ja, aber ich meine nur, also das war ja jetzt ganz schön feist. Dafür ist Katharina berüchtigt für Kill Steel. Ah, gut. So, wir gehen mal ein Stück hoch. Verfehlen, ich? Wir sehen den Jays, da haben wir uns wieder ausgeglichen. Standgrad 3 zu 8, jetzt steht 8 zu 8. Da wären wir ganz gut geworden. Ich denke, wenn ihr zuviert da oben seid, reicht das, denke ich, auf die mit. Ja, fahren ruhig ein bisschen. Der Jays ist tot, ich hab' vergessen. Der Jays ist tot, ich hab' vergessen. Wenn da ist nicht irgendeine riesen Mäulke hochkommt, dann ist er warte für den Jays. So, die Syntra ist auch dann mit. Was macht die denn, Alter? Tadaaa, Double Kill. Oh, Shaco! Achtung, Syntra kommt hoch. Ja, wir sind eh alle tot. Das war jetzt nicht so dolle. Hätte ich eigentlich mit rechnen müssen, wenn die alle premade sind. Vor allem, das hört man gerne, geil. Achtung, Syntra kommt hoch. Oh, warte nisch, wir sind eh alle tot. Was hättest du jetzt lieber gehört? Weiß nicht. Achso, okay, gut. Kein Problem. Wir sind hier zu Zehnt. Ja, wir sind zu Zehnt. Ja, wir sind zu Zehnt. Hä? Ich und fünf Feinde. Hey, wir sind hier oben zu Zehnt. Ich und fünf Feinde. Ich habe das Werkzeug für den Job. Ich würde sagen, äh, Shaco-Push-Bot. Würde ich jetzt so annehmen. Ich liebe einen, Syntra. Ich geh mal wieder runter. Oh oh. Schnell, greifen ihn an, greifen ihn an, greifen ihn an, greifen ihn an, greifen ihn an. Ja, das. Ah, den farm lässt er mir. 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 Nicht in den Busch gehen, da ist ne Box. Nicht nur da. Er kann maximal vier Boxen auf der Karte haben. Das macht die Sache nicht unbedingt besser. Der hinteren! Nein, der mit dem Blubuff. Der mit dem Blubuff. Der ist unsichtbar, unsichtbar. Nicht angreifen, nicht angreifen. Nicht angreifen. Ja, ich gehe doch schon weg. Ich gehe doch schon weg. Diese Boxen, ey. Ein Verbündeter wurde getötet. Da hinten ist er. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Hinter uns. Wer lässt sich nicht gerne von einer Kanone zeigen, wo es lang geht? Vorsicht, lass den Box. Er ist tot. Nice. Jetzt renn weg. Da kommt Sintra runter. Ich habe Sintra gesehen. Eine heiße Stuhl. Ja, aber da ist er, siehst du. Ja, ich gehe erst mal weg. Lass das allein, oder soll ich hier bleiben? Ich bin so ein paar Pulspanzgeräusche, dass du nicht stirbst. Bin ich etwas schneller als mein Schatten? Gut, okay. Dann würde ich sagen, ich habe 1.000. Ich brauche aber 1.500. Ich hole mir mal einen Red Buff. Der Jungler von uns ist nicht so die Harte, deswegen... ...nehme ich das mal alleine in die Hand. Nimm das mal in die Hand. Aber pass auf, äh... ...mhm, der Gegner stellt die... ...die sind... ...kann ich gerade am Boden. Also. Und da bin aber auch ich. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Was macht ihr denn, ja? Oh, jetzt sind es aber knapp hier oben. Ich komme auch mit hoch. Bin ich etwas schneller als mein Schatten? Ich habe 4 Puls. Ich habe 4 Puls. Ich habe 4 Puls. Ich habe 4 Puls. Ein Gegner wurde getötet. Egal. Ich dachte, die Caten läuft weiter. Er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Oh mein Gott. Er war... ...nicht... ...tot. Neeee. Jetzt wird es Zeit, die Lysandra zu killen. Die Caten braucht ihr nicht killen. Die Caten ist nicht... ...de 3000meich, aber... Die Lysandra müssen sie killen. wie sehr es kommen wir verlieren das könnte durchaus passieren ja ich liebe war das kinschorf ähm, Kale? Fragezeichen? Die kommt auf, 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 nicht drauf. Der Tower ist dauernd. Euer Team hat einen Team zu spielen. Nee, da ist auch nicht drauf. Das sind ein paar... Oh, hier! So viele böse Jungs und so wenig Zeit. Ah, da sind wir genau reingelaufen. Sehr schön. Der, der sehen kann, der stimmt auch. Fast. Ja, man kann ja nicht alles im Leben haben, ne? Ich würde ja nicht hinterherinnern, da sind nämlich jetzt die anderen Vier wahrscheinlich. Naja. So wie die zusammen spielen, nämlich stärkern, dass die sie unterhalten zusammen. Nee, klar. Shaco ist hier. Ja, halt nur die... Die Caitlyn, die da nicht mit... Es ist liebste Intelligenz, Shaco zu spielen, wenn ich mein Main Shaco ist. Nicht der Richtige. Doch, ist der Richtige. Oh, ich hab ihn getroffen. Oh, was geht denn auf der Top? Hier ist er. Ich geh mal fix hoch. Ich geh mal fix hoch mit auf die Top. Hier ist er. Hier möchte ich mich noch nicht von einem Shaco verarschen. Ich sag mich denn nicht von einem Shaco verarschen, ey. Ja, ist sonst knapp hier? da ich das nächste item jetzt Dann hole ich mir jetzt die Schuhe. Ja. Ich glaube, das ist ganz cool. Oh, wie siehst du das? Ich bin einfach ganz gut gesetzt, damit die Bremades sind. Sehen wir uns das näher an. Ne, wir haben ja Tauhoff und den, glaube ich, sogar zerstört. Ja, Hammer. Die Frage ist, wie lange schaffen wir es? Theoretisch gesehen, ich glaube nicht, dass die besser spielen werden. Das sei natürlich, sie machen gerade einen Joke. Gleich geht's los. Aber theoretisch gesehen, können wir eigentlich nur besser spielen. Theoretisch, theoretisch, theoretisch. Weil ja niederlich sperrt man irgendwie am Mega-OP. Wenn ich treffe. Wenn du triffst, richtig. Und guck mal, mein Farmer folgt gleich zu anderen Caitlyn. Oh nein, ich hab 50 von mir. Halte Jago. Okay. Da ist Caitlyn. Oh, hier ist Caitlyn. Oh, hier ist Caitlyn, hier ist Caitlyn. Ein Gegner getötet. Danke. Oh, Shaco ist auch da. Ein Gegner wurde getötet. Genau im Fadenkreuz. So, der Faustum-Checkung kommt unten rum. Ich habe das Werkzeug für den Job. Geht so zu knapp. Du musst dir die Sinn drauf. Genau. Hauptsache du hast rein, das ist aber egal. Nice. Jetzt musst du es nicht überlegen, ob sie dann nochmal versucht, einen Gen anzutäuschen. Vorsicht, der Jago ist nicht der Richtige. Das ist der Falsche. Hm. Mal kill dich, ich hoffe nicht, dass er hat. Schade. Wenn die mich killkriegen, kann ich verfolgen. Ich. Jiemals. So, ein bisschen Schaden machen. Ich liebe eine Liederverfolgung. Ja. Doch, ich bin so nervig. Wir haben ja noch eine Liederverfolgung. das decken und das was macht denn die weiterfugst du ihn warum habe ich elf mal eine regeneration das ist mega krass ähm leute leute gebt mir einen kill das ks so hier komm und ich habe wieder alle sechs ok da oben ich bin doch schon da ich bin doch schon da ich musste nicht mal meine ulti verschwenden so viele böse jungs so liebe ich mein leben da ist cheko warte ich da kommt auch die sind und kaitlin und ich denke das wirst du nicht überleben wenn du mir hilfst dann schon aus gut davon lauf 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 ja doll ich bin davon gekommen war nicht der richtige oh mein gott dämlich 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 hopp oh jetzt kriegt er jetzt kriegt er sie auch beide oh nein da schenko hast du mein schwer gesehen geh den schenko geh den schenko